Hey Leute, heute mal ein Video zum Thema Glaubenssätze. Was sind sie, was machen sie mit euch und so weiter. Glaubenssätze sind etwas, wovon vermutlich jeder von euch schon mal was gehört hat. Sie sind sehr präsent und jeder hat sie, ob bewusst oder unbewusst ist erstmal legal. Bei Glaubenssätzen handelt es sich um tief verwurzelte Überzeugungen, Meinungen oder Annahmen, die jeder von uns über sich selbst, seine Umwelt, andere Personen oder die Welt an sich hat. Oft handelt es sich sozusagen um Prägungen, beispielsweise aus unserer Kindheit, die positiv oder negativ sein können. Egal wie diese ausfallen, sie haben einen erheblichen Einfluss auf unser Denken, Handeln und Fühlen. Denn, wie gesagt, sie sind tief verwurzelt. Sie sind dann wie ein Filter, durch den man alles betrachtet und mit dessen Hilfe man Informationen und Ereignisse interpretiert. Prinzipiell entstehen Glaubenssätze aus persönlichen Erfahrungen, zum Beispiel in der Kindheit, der Erziehung, der Kultur oder auch der Religion. Es sind extrem starke Überzeugungen, die man in solchen Situationen hört bzw. immer wieder aufgefasst hat. Wie zum Beispiel, wenn du nicht aufisst, dann gibt es schlechtes Wetter. Daraus entsteht das Muster, dass man denkt, man muss immer alles aufessen, auch wenn man schon satt ist. Oder es sind Sätze, die wir uns durch Beobachten aneignen. So zum Beispiel, stell dich nicht in den Vordergrund oder sei immer ehrlich. Die Frage ist ja, warum haben Glaubenssätze so eine nachhaltige Wirkung und prägen sich so tief ein? Gerade als Kinder passen wir uns ständig an, weil wir noch den Platz in der Gesellschaft und die eigene Identität suchen. Kinder probieren aus und lernen durch Trial and Error, also durch Versuch und Irrtum. Sie sind darauf gepolt, Verhalten zu beobachten und zu lernen. Daher haben sie ein feines Gespür dafür, für was sie Anerkennung, Sicherheit und Zugehörigkeit erfahren oder für welches Verhalten Konsequenzen folgen. Je nach Zeit, Kultur, Umfeld und so weiter, entwickelt sich daraus zwangsläufig der Charakter und der Lebensstil, den eben unsere Bezugspersonen vorgelebt haben. Klar ist, dass solche Prozesse nicht fehlerfrei sind. Wenn man das jetzt hört, wird hoffentlich klar, warum Erfahrungen so sehr prägen. Je nach Umfeld und Erfahrung sind diese positiv oder negativ. Aber jedes Kind will einfach nur dazugehören, Anerkennung, Liebe und Sicherheit. Daher entwickeln sich Glaubenssätze wie Ich darf niemanden enttäuschen, um dazuzugehören. Oder Ich muss immer brav sein, damit niemand böse wird und ich weiter geliebt werde. Ich will noch dazu sagen, dass es hier nicht darum geht, irgendjemandem die Schuld an etwas zu geben. Wütend auf eure Eltern oder euer Umfeld zu sein, sie zur Rede stellen zu wollen oder zu jammern, wie schwer ihr es doch hattet. Das bringt erstens alles nichts und zweitens hat jeder und zwar ohne Ausnahme Glaubenssätze. Die einen positiver, die anderen negativer. Auch eure Eltern. Prägungen sind nicht immer toll und teilweise sehr schmerzhaft, aber da jetzt jemandem die Schuld zu geben, bringt rein gar nichts. Schaut, dass ihr etwas ändert. Alles andere liegt nicht in eurer Macht und bringt auch nichts. Das Problem mit Glaubenssätzen ist, dass sie der größte Gegner von Veränderung sind und uns oft daran hindern, etwas zu tun, um an der eigenen Lage was zu verändern. Die meisten Leute sind so in ihren Gewohnheiten drin, dass sie Glaubenssätze nicht als solche erkennen. Und selbst wenn doch, muss man richtig den Arsch rumkriegen, um da was gegen tun zu können. Das Gehirn ist ein relativ spannendes Organ, das mit am meisten Energie verbraucht. Häufig fragt man sich wofür. Fürs Denken. Daher versucht das Gehirn Energie zu sparen, wo es nur kann. Und das geht am besten durch Routinen und Gewohnheiten. Wir werden quasi belohnt, wenn wir Gewohnheiten beibehalten. Und genau das macht es so schwer, diese zu ändern. Vor allem langfristig. Das ist genau der Grund, warum manche auf ihrer Meinung und in einer Situation verharren, obwohl sie für die Person selbst nicht gut ist. Im alltäglichen Leben halten wir unsere Gedanken immer für wahr, weil sie eben so routiniert sind, dass wir sie nicht hinterfragen. Aber jeder kennt das. Zum Beispiel Selbstzweifel, die sich im Nachhinein als unbegründet herausstellen. Oder man malt sich die schlimmsten Folgen von etwas aus und dann passiert gar nichts. Solche Denkmuster sind Glaubenssätze, die dem Gehirn so vertraut sind, dass sie als wahr angesehen werden. Und gerade in Konfliktsituationen oder Beziehungskonstellationen kommen solche inneren Programme wieder hoch und schalten sich ein. Wie ich das vorhin gesagt habe, bilden sich aus den Erfahrungen positive oder negative Glaubenssätze. Positive Glaubenssätze stärken, motivieren oder trösten. Sie helfen dabei, dass man sein volles Potenzial ausschöpfen kann und Hindernisse besser überwindet. Erinnert euch nochmal dran, wie Glaubenssätze entstehen. Bei Positiven macht ihr die Erfahrung, dass ihr geliebt werdet, dass ihr wertvoll seid, dass ihr etwas könnt und so weiter. Das ermutigt und man stellt sich damit eher Herausforderungen und gibt weniger auf, wenn es mal schwierig wird. Einige Beispiele dafür können sein, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich werde geliebt, so wie ich bin, wobei man bei dem auf andere Art und Weise vorsichtig sein muss. Oder ich muss nicht perfekt sein. Negative Glaubenssätze dagegen hindern und schränken ein. Sie verhindern, dass man Erfolg hat und sich weiterentwickeln kann. Ein gutes Beispiel dafür ist die Überzeugung, es klappt sowieso nicht. Klar, dass das den Erfolg verhindert, denn wenn man es nicht versucht, hat man direkt verloren. Stichwort Blackpill. Damit werden Glaubenssätze schnell zur selbsterfüllenden Prophezeiung und verfestigen sich dadurch noch mehr. Oftmals sind das Sätze wie, ja, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Oder nur wenn ich etwas besonders toll mache, werde ich geliebt. Und so weiter. Solche Sätze sind nicht gut für den Selbstwert und führen dazu, dass man sich total vom Außen abhängig macht. Manchmal ohne, dass man weiß, dass es diese Glaubenssätze sind, nach denen man handelt. Habt ihr negative Glaubenssätze, dann verkauft ihr euch oft unter Wert oder isoliert euch vor anderen. Daran merkt man häufig einen Selbstverstärkungseffekt. Denn wenn ihr überzeugt seid, dass ihr es nicht wert seid, dann verhaltet ihr euch auch genauso und strahlt das auch aus. Das veranlasst andere Personen eher dazu, euch abzulehnen, was dann wiederum den Glaubenssatz bestätigt und verstärkt. Und gleich mal vorweg, Glaubenssätze sind nicht in Zement gegossen und können verändert werden. Da sie aber so tief verwurzelt sind, dauert das und es ist nicht gerade einfach. Aber es ist möglich. Je älter wir werden, desto fester werden die Glaubenssätze. Denn je länger wir sie bei uns haben und selbst bestätigen, desto länger waren bzw. sind sie wahr. Gerade negative Glaubenssätze müssen durch positive ersetzt werden. Aber da es sich um innere Überzeugungen handelt, ist es da echt schwer dran zu rütteln. Aber es ist umso wichtiger, denn sie wirken wie ein Filter. Jede Information, die unser Gehirn von außen erhält, wird gefiltert. Welcher Teil der Information im Bewusstsein ankommt, hängt eben von den Glaubenssätzen ab. Die Wahrnehmung ist daher selektiv und hängt von der Einstellung ab. Dieses klassische Beispiel mit dem halbleeren oder halbvollen Glas ist, ja, perfekt dafür. Jeder sucht in seiner Umwelt nach der Bestätigung seiner persönlichen Glaubenssätze. Wie ich das vorhin bei den selbsterfüllenden Prophezeiungen kurz angesprochen habe. Und das führt gerade bei den negativen Glaubenssätzen zu einem Teufelskreis. Der Glaubenssatz senkt den Selbstwert. Denn die Richtung, in die dieser geht, wird durch den Glaubenssatz selbst bestätigt und weiter gesenkt. Darunter leiden die Beziehungen, weil man ja, in Anführungsstrichen, eh nichts wert ist. Und das beeinflusst das Handeln wieder negativ. Es bestätigt sich wieder und wieder und so weiter. Das heißt, auf jeden Gedanken folgt eine Emotion, die subjektiv eingefärbt ist und sich in der Reaktion darauf zeigt. Häufig sind das logischerweise auch negative Gefühle wie Selbstzweifel, Angst, Wertlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Unzufriedenheit, Wut. Emotionen zu erkennen und zu regulieren ist auch wieder nicht einfach, weil die Reaktion eben so schnell und prompt kommt. Glaubenssätze betreffen am häufigsten den Selbstwert direkt oder eigene Kompetenzen bzw. das Fehlen dieser Kompetenzen. Und das zeigt noch so einen Faktor, der es so schwer macht, das loszuwerden. Ihr müsst euch selbst davon überzeugen und meistens ist man selbst der schlimmste Kritiker. Aber um Glaubenssätze nachhaltig zu verändern, müsst ihr authentisch euch gegenüber sein. Euch selbst zu verarschen und solche halbwaren und lauwarmen Sätze auszupacken wie Affirmationen hilft nichts und wird euch nicht weiterbringen. Auch Fake it till you make it kann nur anfangs und kurzfristig pushen. Warum? Weil es den Selbstwert nicht nachhaltig beeinflusst. Mit Fake it till you make it könnt ihr zwar etwas vortäuschen, das ihr noch nicht seid, bis ihr es seid. Aber das Problem dabei ist, dass es eben ein Vortäuschen ist und ihr es schaffen müsst, euch selbst etwas zu bestätigen. Euch selbst etwas zu bestätigen, das ihr noch nicht seid, weswegen ihr dann auch nicht wisst, wie es sich anfühlen würde oder wie es ist, so zu sein. Ihr müsstet quasi von vornherein daran glauben. Und daran glauben ist der Knackpunkt, es heißt ja auch Glaubenssatz. Aber beim Faken glaubt ihr eben nicht daran. Und das macht es wahrscheinlicher, dass ihr euch den negativen Glaubenssatz sogar noch weiter bestätigt, anstatt ihn zu verändern. Die Situation, in der er entstanden ist, liegt vermutlich weit zurück und hat euch zu dem gemacht, was ihr heute seid. Auch wenn ihr euch sagt, ist ja gar nicht so. Das ändert nichts daran. Davon geht das auch nicht weg oder wird anders. Da muss man schon aktiv was dafür tun. Mehr dazu im nächsten Video dazu. Und selbst wenn ihr jetzt sagt, ihr habt keine negativen Glaubenssätze, weil ihr ja genau richtig seid, wie ihr seid, dann ist das keine Ausrede oder eine Einladung, sich auszuruhen. Das wird sehr schnell als Ausrede benutzt, um nichts ändern zu müssen. Aber logischerweise kommt ihr so auch einfach nicht weiter. Ihr bleibt auf der Stelle stehen. Und ihr braucht Entwicklung für euer eigenes Glück. Glück wird empfunden, wenn ihr etwas Neues erreicht. Bekommt euren Arsch rum und ändert was. Entwickelt euch und schaut, dass ihr weiterkommt. Glaubenssätze hat jeder. Akzeptiert das. Und akzeptiert euch selbst. Dann macht weiter. Es ist immer Luft nach oben. Und dann fragt euch, ob eure Glaubenssätze euch weiterbringen oder sie euch hemmen. Dazu muss man hier schonungslos ehrlich mit sich sein und eventuell auch nochmal schmerzhafte Erfahrungen hochholen. Aber ihr könnt das überwinden. Das Schöne am Menschen ist die Anpassung und dass wir in der Lage sind, uns zu verändern und etwas zu verändern. Und zwar nach unseren Vorstellungen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.